Hey, ich bin Hilko, eine Hälfte von Zwitschhoff und bald ist es soweit. Wir spielen auf dem Tante Mia Tanz zusammen mit Künstlern wie Afrojack, W&W, Danik, Quintino und Shoplet Puma zusammen auf der Mainstage im Tanzgarten und dieses Jahr dürfen wir etwas ganz besonderes präsentieren und was das genau ist, das sagt euch jetzt der Lukas. Hallo auch von mir, mein Name ist Lukas und ich melde mich jetzt hier gerade von der wunderschönen Insel Teneriffa. Ich freue mich auch schon extrem doll auf das diesjährige Tante Mia Tanz 2019 und wir haben dieses Jahr die große Ehre, die Paten vom DJ Contest im Tanzgarten sein zu dürfen. Alle Nachwuchs-DJs haben jetzt die große Chance, der eigene Set-Time im Tanzgarten auf dem Tante Mia Tanz 2019 zu bekommen. Alles was ihr da auch tut, sendet uns einfach ein für euch aufgenommenes 30-minütiges Set, am besten per Soundcloud oder Mixcloud mit einer kleinen Beschreibung gegebenenfalls auch noch ein Presskit an die jetzt eingeblendete E-Mail. Ich freue mich riesig und würde sagen bis dann. Ganz genau und obendrauf gibt es noch ein paar Studiomonitore sowie Kopfhörer von der Marke Pioneer. Also gebt euer Bestes. Wir, die Oldenburgische Volkszeitung und das Tante Mia Tanz wünschen ganz viel Erfolg und wir freuen uns auf einen unvergesslichen Tag auf dem Tante Mia Tanz 2019.